Herzlich willkommen im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden. Mein Name ist Jens Wehner, ich bin hier als Kurator beschäftigt und ich möchte Ihnen heute gerne unser Museum vorstellen. Hinter mir sehen Sie bereits unser Ausstellungsgebäude. Es handelt sich um ein klassisches Arsenalgebäude, wie es bei vielen deutschen Armeen im 19. Jahrhundert üblich war. Allerdings wird es durchbrochen von dem Keil des Architekten Daniel Liebeskind. Und dieser Keil hat zwei Symboliken. Zum einen repräsentiert er generell die schwerwiegenden Brüche in der deutschen Militärgeschichte. Zum anderen zeigt er auf jenen Punkt in Dresden, bei dem am 13. Februar 1945 die erste Bombe zur Zerstörung Dresdens abgeworfen wurde. Dieser Keil hat also einen direkten Bezug zur Dresdner Stadtgeschichte. Und natürlich steht auch das Arsenalgebäude nicht im luftleeren Raum, sondern es befindet sich in der Albertstadt. Die Albertstadt war eine große Kasernenstadt, die im 19. Jahrhundert errichtet wurde, vorgesehen für ungefähr 20.000 Soldaten. Und wenn Sie sich hier umblicken, sehen Sie viele historische Gebäude, die von dieser Albertstadt stammen. Einige von denen werden von uns noch genutzt als Depot, zum Beispiel die Remise, die Sie hier sehen. Andere werden von sächsischen Behörden als Verwaltungsgebäude genutzt. Und wenn Sie in diese Richtung blicken, sehen Sie dann auch die alte Garnitionskirche für den Glaubensdienst der Soldaten. Neben unserem Gebäude sehen Sie dann einige größere Stücke, Militärtechnik. Das sind vor allen Dingen Fahrzeuge, in dem Fall jetzt aus dem Kalten Krieg, Fahrzeuge beider deutscher Armeen, Standardfahrzeuge, die im Kalten Krieg genutzt wurden. Was es bei uns im Museum sonst noch zu sehen gibt, das sehen Sie jetzt im Folgenden, wenn Sie mir folgen, in der nächsten Episode. Wir werden uns in die Spitze des Liebeskind-Kais begeben und dort werde ich Ihnen dann weiteres zu unserer Ausstellung erklären. Bitte folgen Sie mir. Ja, wir befinden uns jetzt hier im sogenannten Dresden-Blick. Der heißt natürlich in erster Linie so, weil man von dort, von dieser Aussichtsplattform, sehr schönen Blick über ganz Dresden hat. Aber natürlich wird auch die Zerstörung Dresdens 1945 thematisiert, weil ja der Liebeskind-Kail dazu einen direkten Bezug hat. Allerdings ist uns nicht nur die Zerstörung Dresdens als Thema wichtig, sondern die Kontextualisierung im gesamten Bombenkrieg des Zweiten Weltkriegs. Deswegen sehen Sie hinter mir Gehwegplatten aus der polnischen Kleinstadt Wilun. Das war die erste Stadt im Zweiten Weltkrieg, die bombardiert wurde, gleich in den ersten Minuten, am 1. September 1939. Und wenn wir uns jetzt mal weiter bewegen, zum Beispiel zu dieser Plattform, sehen wir dann das Waisenhausmädchen. Das ist eine Skulptur vom Waisenhaus in Rotterdam. Rotterdam wurde wie Wilun 1940 von deutschen Bomben zerstört. Sie sehen also, das ist unsere Kontextualisierung. Und wenn wir uns jetzt weiter bewegen, sehen wir dann wiederum hinter mir Gehwegplatten aus der Stadt Dresden. Diese Gehwegplatten haben noch die Einschlaglöcher von Brandbomben, wurden erst 2007 aus der Stadt geborgen. Und hinter mir sehen Sie dann den Dresdenblick. Das ist also die Plattform, von der Sie nochmal einen Eindruck über die Stadtseuette von Dresden gewinnen können. Und dieses Thema, der Dresdenblick, ist auch schon das erste Thema im Liebeskind-Kail. Zwölf Themen werden Ihnen in unserem Themenparcours präsentiert. Da werden allgemeine Fragen der Militärgeschichte, kulturgeschichtliche Fragestellungen gestellt. Und welche das sind, das zeige ich Ihnen im Anschluss. Dazu verlassen wir den Dresdenblick und begeben uns in den ersten Bereich in diese Richtung. Wir befinden uns noch im Liebeskind-Kail, im Themenparcours. Und in dieser Etage hier möchten wir das Verhältnis von Militär und Gesellschaft im Verlauf der Jahrhunderte darstellen. Also wie immer im Liebeskind-Kail bei uns wird dieses Thema sehr übergreifend, sehr kulturgeschichtlich behandelt. Und ein ganz wichtiger Unterbereich in dieser Etage ist natürlich das Thema Politik und Gewalt. Wie hat sich politische Herrschaft und die militärische Gewalt im Verlauf der Jahrhunderte zueinander verhalten? Wir gehen dabei davon aus, dass es Zeiten gab, in denen die militärische Gewalt sehr stark eingehegt war von der Politik. Und dass es Zeiten gab, in denen die militärische Gewalt regelrecht entfesselt war. Wie zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg oder im Zeitalter der Weltkriege. Und wenn Sie dieses Gemälde hier sehen, dann sehen Sie die schwedische Königin Christina von Schweden. Und wir interpretieren dieses Gemälde, was natürlich auch immer eine symbolische Herrschaftsvermittlung war, wie also diese Königin sich in ihrem Verhältnis zur militärischen Gewalt verhalten hat. Daneben sehen Sie noch eine Vitrine, die thematisiert das Verhältnis von Militär und Musik. Denn wir bleiben natürlich nicht bei der Politik stehen, sondern gucken, wie hat sich eigentlich die Kultur verändert oder im Wechselspiel mit dem Militär entwickelt, also welchen Einfluss hat der Militär auf die Kultur und umgedreht. Und eine ganz wichtige und interessante Vitrine in diesem Zusammenhang sehen Sie hier. Das ist die Vitrine, die das Verhältnis von Militär und Mode thematisiert. Dabei ist es jetzt so, dass vielleicht der eine oder andere sich fragt, was hat denn Mode mit Militär zu tun? Aber wenn man dann diese Exponate sich hier anschaut, bekommt man doch schnell mit, dass Mode Militär, also das, was wir auch im Alltag zum Teil kleiden, durchaus auch eine militärische Vergangenheit hat. Und ein ganz besonderes Stück in dieser Vitrine ist der sogenannte Großstadtkrieger von Vivian Westwood. Das ist ja eine relativ bekannte Designerin, die kennt der eine oder andere. Und dieses Haute-Couture-Stück stammt von Vivian Westwood aus den 2000er Jahren und heißt der Großstadtkrieger. Und uns hat natürlich besonders diese Helmform interessiert. Das ist die klassische deutsche Helmform aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die von Vivian Westwood aufgegriffen wurde, stilisiert wurde. Und solche Stücke, denke ich, die auch einen gewissen Überraschungseffekt haben, können Sie hier in dieser Ausstellung doch häufig finden. Und jetzt wollen wir schauen, was es denn noch in dieser Ausstellung Überraschendes zu finden gibt. Wir befinden uns jetzt im Themenbereich Schutz und Zerstörung. Der Themenbereich Schutz und Zerstörung präsentiert eine Auswahl militärischer Technik, schützender Technik und zerstörerischer Technik. Und thematisiert vor allem die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Technologien im Verlauf der verschiedenen Jahrhunderte. Der Schwerpunkt liegt allerdings, muss man schon sagen, auf dem 20. Jahrhundert. Wenn Sie zum Beispiel in die Decke dort hochschauen, sehen Sie die Granaten und Raketen aus der Mitte ungefähr des 20. Jahrhunderts. In der Mitte die große Atomrakete Honest John. Wenn Sie sich weiter umblicken, sehen Sie die Schutzbauten aus dem Zeitalter der Weltkriege, Ein-Mann-Bunker, vor allen Dingen gegen Bombenabwürfe und Ähnliches gedacht. Und wenn Sie jetzt den Blitz gesehen haben, dann gehe ich mal zur Seite und Sie sehen hier links, wie mein Schatten an der Wand eingebrannt ist. Und das gehört zu einer Kunstinstallation mit dem Namen Hiroshima-Thank-You-Instrument. Und diese Kunstinstallation thematisiert einen Effekt, den man ja auch von den Atombombenabwürfen aus Hiroshima kennt und Nagasaki kennt, dass sich die Opfer, bevor sie gestorben sind, durch den Lichtstrahl, durch die intensive Lichteinwirkung der Atombombe mit ihren Umrissen noch in die Wände und Straßen der Stadt eingebrannt haben. Das wird hier aufgegriffen, denn die Atombombe ist natürlich die größte Zerstörungskraft, die wir bis jetzt in der Menschheitsgeschichte kennen. Einen weiteren Superlativ haben wir aber auch noch mit dieser kleinen Vitrine da thematisiert. Da finden sich dann zahlreiche Exponate, wenn Sie diese Öffnung dahinter betreten. Die Dora war das größte Geschütz der Menschheitsgeschichte. 1.300 Tonnen Gewicht und 5.000 Mann Besatzung. Sie sehen also, hier in diesem Bereich geht es jetzt vor allen Dingen um diese komplexe Wechselwirkung zwischen Schutz und Zerstörung in der Menschheitsgeschichte. Ja, und der nächste Bereich, den ich Ihnen gerne zeigen will, ist unser erster chronologischer Bereich und der thematisiert die faule Mark, das Hochmittelalter, das Spätmittelalter. Folgen Sie mir bitte zur nächsten Station. Wir befinden uns jetzt hier am ersten Teil der Chronologie unserer Dauerausstellung im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr. Dieser Bereich thematisiert das Mittelalter, die frühe Neuzeit bis zum Jahr 1914. Und jeder chronologische Bereich in unserer Dauerausstellung beginnt mit einem sogenannten ikonischen Exponat. Das sind also Exponate, die den Besucher nochmal verdeutlichen sollen, was war neu in dieser Zeit, in dieser Epoche, die wir ausstellen. Das ist in diesem Zeitbereich nach unserer Einschätzung die Einführung von Feuerwaffen gewesen. Wir haben das hier mit einem Stabring geschützt. Das hat den Namen faule Mark oder den Spitznamen faule Mark, muss man eher sagen. Und es stammt aus dem 15. Jahrhundert. Das soll also verdeutlichen, die Einführung der Feuerwaffen, das war das Neue in diesen Jahrhunderten, die wir hier jetzt erzählen. Ja, und natürlich gibt es noch viel, viel mehr Informationen, die in Vitrinen dann dargestellt ist, wie Sie das vielleicht auch aus vielen Museen kennen natürlich. Das ist unsere allererste Vitrine in der Dauerausstellung. Sie thematisiert das Rittertum, den Burgenbau und alles, was Sie damit vielleicht auch verbinden im Hoch- und Spätmittelalter. Sie müssen aber längst nicht jede Vitrine gesehen haben, um einen guten Überblick zu bekommen. Es reicht also, wer sich vielleicht auch für ein Thema nicht so stark interessiert, wenn er einmal außenrum geht, dann hat er einen guten Grobüberblick erhalten. Möchte er dagegen schon, möchte jemand dagegen schon vertiefende Erfahrungen machen, dann empfehlen wir Ihnen, tiefer in die Bereiche einzusteigen. Das ist also Ihnen selbst überlassen, wie viel Sie über ein Thema erfahren möchten. Ja, und für die Kinder und für alle Menschen, die sich vielleicht auch mehr für das Praktische, für das Handhabbare interessieren, haben wir an vielen Stellen sogenannte museumspädagogische Stationen errichtet. Hier geht es jetzt zum Beispiel um den Kettenhandschuh. Also eine Nachbildung ist das, eines Teils einer Rüstung aus damaligen Zeiten. Und da kann man dann den auch mal anziehen und probieren, wie schwer war das, wie handhabbar war das. Und solche Stationen finden Sie durch alle Zeitbereiche in allen Ausstellungsbereichen unseres Museums. Und wie gesagt, wenn Sie ein vertiefendes Interesse haben, zum Beispiel jetzt an dieser Stelle wäre das für das Hoch- oder Spätmittelalter, dann sind Sie herzlich eingeladen, vertiefend in dieses Thema einzusteigen. Wir befinden uns hier im zweiten Teil der Dauerausstellung des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr. Dieser thematisiert das Zeitalter der Weltkriege. Und wir stehen hier in einem Ausstellungsbereich, der den Zweiten Weltkrieg darstellt. Zu meiner Rechten sehen Sie das sogenannte Kettenkrad, das kleinste Halbkettenfahrzeug der Wehrmacht. Das ist ja das, was man häufig mit der Wehrmacht, also mit der deutschen Armee, im Zweiten Weltkrieg verbindet. Wir haben also auch einen hohen Anteil militär-technischer Objekte hier in dieser Dauerausstellung. Darüber hinaus erzählen wir natürlich aber auch, warum dieser Krieg geführt wurde. Und wir verbinden die eigentliche Kriegsführung, das heißt also die Operationsgeschichte, die Technikgeschichte, mit der Geschichte des deutschen Vernichtungskrieges in der Sowjetunion und auch der deutschen Kriegsverbrechen generell im Zweiten Weltkrieg. Zu meiner Rechten sehen Sie eine Vitrine, die die deutschen Kriegsverbrechen auch zeigt. Des Jahres 1941 zum Beispiel die Ermordung von Millionen sowjetischer Kriegsgefangener oder die Beteiligung der Wehrmacht am Holocaust an den Massenerschießungen der SS in der Sowjetunion 1941. Zur Linken dagegen sehen Sie eine sehr militärisch konnotierte Vitrine mit Panzerkanonen, mit einem künstlichen Tannenbäumchen, das für die eingekesselten Soldaten von Stalingrad gedacht war. Sie sehen also, diese Verbindung hier ist immer da. Und natürlich führten die Soldaten den Krieg für einen politischen Zweck. Und einer dieser politischen Zwecke war das, was die deutsche Geschichte bis heute kennzeichnet. Das war der Holocaust. Den haben wir hier thematisiert mit 60 Schuhen. Sehen Sie in dieser Vitrine. Diese 60 Schuhe sind eine Leihname der Gedenkstätte Maidanek. In Maidanek befand sich eines der Konzentrationslager, in dem viele Juden, jüdische Menschen im Zweiten Weltkrieg ermordet wurden. Und diese Verknüpfung zwischen Vernichtung, Politik, Kriegsführung, Militärtechnik, das ist ein zentraler Ansatz dieser Dauerausstellung hier im Militärhistorischen Museum. Wenn es um den Bereich des Zweiten Weltkriegs geht, also es wird nicht losgelöst, voneinander behandelt, sondern kontextualisiert, thematisiert. Und wir gehen jetzt in den dritten Chronologie-Teil. Wir befinden uns jetzt hier im dritten Teil der Dauerausstellung der Chronologie des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr. Und in dieser Chronologie thematisieren wir die deutsche Militärgeschichte ab 1945. Das heißt, da wird zum Beispiel der Kalte Krieg auch bei der deutschen Armeen erzählt. Unser Museum bleibt aber nicht nur bei der Geschichte stehen, sondern setzt durchaus auch aktuelle Bezüge. Was bedeutet das konkret? Wir zeigen zum Beispiel in dieser Vitrine die deutschen Auslandseinsätze und auch wie die Auslandseinsätze die deutsche Armee verändert haben. Sie sehen zum Beispiel da eine Plane, die Bundeswehrsoldaten angefertigt haben, im Gedenken an die drei Toten des Karfreitagsgefechts in Afghanistan. Der Afghanistan-Einsatz ist sicherlich der wichtigste und größte Einsatz der Bundeswehr nach 1990 oder auch in der gesamten Geschichte. Weiterhin zeigen wir natürlich auch, wie die deutsche Armee, die Bundeswehr, sich nach dem Mauerfall 1989 verändert hat. Zum Beispiel wurde 2011 die Wehrpflicht abgeschafft. Die Armee ist auch diverser geworden. Jeder hat heutzutage Zugang zu dieser Armee, darf in ihr dienen, wenn er das möchte. Auch Frauen, das war ja die ersten Jahrzehnte in der Bundeswehr nicht möglich. Und das ist dann zum Beispiel in dieser Vitrine dargestellt. Letztlich ziehen wir aber auch immer wieder Bezüge zu aktuellen politischen Entwicklungen, weil die natürlich relevant sind für die deutsche Sicherheitspolitik. Ein ganz wichtiger Bezug, der quasi auch schon den Endpunkt unserer Dauerausstellung darstellt, ist die Flüchtlingsthematik. Wir haben hier Leitern aus dem Jahr 2005, mit denen afrikanische Flüchtlinge versucht haben, die EU-Außengrenze in Afrika zu überqueren. Dort gibt es ja die spanischen Exklaven Ceuta und Meija. Und schon vor über zehn Jahren haben also Menschen aus Afrika versucht, diese Grenzen zu überwinden und haben sich dabei diese Leitern gebaut. Sie sehen also, unser Museum stoppt nicht bei relativ alter, vergangener Geschichte, sondern bildet direkte Bezüge zu aktuellen Geschehnissen. Und damit hoffe ich, haben Sie einen kleinen Einblick in unsere Dauerausstellung bekommen und haben auch ein bisschen Lust bekommen, sich das anzuschauen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie hier bei uns im Haus begrüßen könnten. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Vielen Dank.